Und hiermit ein herzliches Willkommen zurück bei unserer ersten Podiumsdiskussion bei den Tux-Tagen 2023. Heute mit dem Titel Das Ende von Windows 10. Große Chance für Linux oder dann halt eben doch wieder nur eine große Ankündigung, dass es dann doch nicht das Jahr des Linux-Deskups wird, so ungefähr. Ich habe hier ganz, ganz tolle Gäste mit dabei. Ich würde einfach mal kurz vorschlagen, dass wir uns alle vielleicht ein, zwei Sätze mit ein, zwei Sätzen vorstellen, dass wir einfach so wissen, wer ihr so seid. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit dir, Thorsten, an. Ja, danke schon. Mein Name ist Thorsten Franz. Ich bin im Ubuntu Community Council und auch schon seit langer Zeit in der deutschen Community unterwegs bei Ubuntu, seit 2007. Genau. Und seitdem bin ich so ein Ubuntu-Anhänger, was man jetzt wahrscheinlich gleich auch noch merken wird, obwohl ich auch nicht total verblendet bin, hoffe ich mal. Das hoffe ich bei uns allen nebenbei nicht. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin. Dann würde ich einfach mal sagen, legen wir mit dir weiter los, Michael. Ja, hi, Michael Krümbel. Ihr kennt mich vielleicht vom YouTube-Kanal Michael Franken oder dem Blog. Ich bin Linux-Nutzer seit 2003, bin ich ein bisschen länger dabei. Unter anderem auch Ubuntu, aber auch viele andere Diskussionen. Und ja, freue mich für die Teilnahme, für die Einladung und sehe einer spannenden Diskussion entgegen. Sehr cool, danke. Dann würde ich sagen, starten wir mit dir am Ende, Albert. Servus, bin der Albert. Ich bin hier der Resident Windows-User. Ich bin hier, um ein bisschen die Windows-Perspektive reinzubringen und ich leite den Windows-Area.de YouTube-Kanal und auch den gleichnamigen Blog. Und bin seit, seit ich mich erinnern kann Windows-User, würde ich mal sagen, hatte Kurzausflüge auf Linux immer wieder. Also, da habe ich schon ein bisschen was an Erfahrung, aber ich mache Windows-Area ungefähr seit 2012. Also, auch schon gut zehn, zwölf Jahre lang. Vielen Dank dir. Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht auch nochmal ganz kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Jean-Ferdéric Vogelbacher. Ich habe unter anderem den Linux-Kanal oder den YouTube-Kanal linuxguides.de, den ich seit einigen Jahren tatsächlich leite und auch ganz, ganz viele Videos rund um Linux hochlade. Und genau, ich bedanke mich, dass ihr alle da seid. Und ich würde sagen, auch nochmal einen herzlichen Dank an euch, dass ihr mit dabei seid da draußen. Wir sind schon über 100 Leute, die zuschauen. Freut mich extrem. Und ich denke, wir werden nochmal ein bisschen mehr über den Tag. Und ihr könnt heute auch mitdiskutieren. Schreibt einfach eure Ansichten auf Mastodon oder X mit dem Hashtag Tux-Tage rein. Wir nehmen das dann auch live mit rein oder auch in die Chats. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir starten direkt ins Thema rein. Und ich würde sagen, lasst uns mal den Status Quo beschreiben und vielleicht auch so, warum mir dann dieses Thema eingefallen ist, warum wir jetzt hier sitzen. Und zwar Windows 10 wird im Jahr 2025 eingestellt und, also beziehungsweise nicht mehr mit Updates versorgt. Das heißt, dadurch wird man, wenn man weiter Windows nutzen möchte, dann man auf Windows 11 umwechseln müssen. Das Problem bei Windows 11 ist aber, dass das Ganze einen TPM-Chap, ich glaube 2.0 verlangt. Das weißt du vielleicht besser, Albert? Entschuldige, ich habe gerade zu kurz den Chat verfolgt auf YouTube. Support von Windows 10 wird eingestellt. Ja, das hast du gesagt. Am 14. Oktober 2025 habe ich die Frage richtig verstanden. Ja, genau so ungefähr. Nee, man braucht für Windows 11 den TPM 2.0-Chip oder so. Müsst du das gewesen sein? Genau, TPM 2.0-Chip, Systemanforderungen sagen auch, man braucht moderne Treiber. Das ist eigentlich die, tatsächlich die Systemanforderung von Windows 11 und nicht das Alter der CPU und auch nicht die virtualisierungsbasierte Sicherheit. Das ist eigentlich quasi die Ausrede, die Microsoft bringt. Tatsächlich sind es die modernen Treiber, die Microsoft ab Windows 11, vielleicht ab Windows 12 forcieren will. Ein moderneres Treiber-Modell wieder mal und da wird es für Hardware, ich glaube ab der achten Generation von Intel, erst da wird die von Windows 11 unterstützt und ich glaube bei Ryzen sind es die 3000er-Serien-Chips, die erst als Mindestanforderungen unterstützt werden von Windows 11 eben. Und da werden halt, wie du gesagt hast, viele Windows 10-Geräte, die aktuell eben perfekt laufen, nicht auf die modernere oder auf die neueste Systemversion aktualisiert. Ja, ja, absolut. Ich würde vielleicht auch mal ganz kurz in die Runde starten. Jeder einfach mal so, wirklich ganz neutral, also wichtig ist, wir wollen hier kein Bashing in irgendeiner Seite betreiben oder so. Wir wollen einfach, ich finde auch immer so ein bisschen versuchen, dann jeweils die andere Seite zu verstehen, beziehungsweise zu schauen, okay gut, wie steht es dann, ich sage mal, um die jeweiligen Projekte oder wie schätzen wir das dann auch insgesamt ein? Und ich würde einfach mal fragen, vor allem gegen dich, Albert, würdest du das als gerechtfertigt sehen, beziehungsweise würdest du sagen, hey, das macht wirklich Sinn, was Microsoft da macht oder meinst du so, okay, vielleicht ist es dann doch nochmal was anderes? Also ich sehe das als zwei Perspektiven. Wir hatten ja mit Windows Vista auch diese Veränderung vom Treibermodell, die sich dann als sehr positiv für das Windows-System erwiesen hat. Also irgendwo muss quasi Schluss sein. Ich bin halt auch kein Fan davon, wenn man das zum absolut schlechten Zeitpunkt macht. Ich sage mal so, 2011 wäre ein schlechterer Zeitpunkt gewesen als 2006 oder 2007 dafür. Und jetzt ist, würde ich auch sagen, ein relativ schlechter Zeitpunkt. Das muss man immer im großen Kontext sehen, wenn man als riesiger Softwarekonzern solche ziemlich radikalen Änderungen macht und viele Geräte halt ausschließt, insbesondere in einer Situation, wo wir gerade eben Covid hatten, wo eine extrem große Nachfrage nach PCs existiert hat, wo eine Knappheit an Chips existiert hat. Und da kannst du jetzt nicht so einfach hergehen und sagen, ich will jetzt 50% oder 60% oder vielleicht sogar 70% der PCs ausschließen vom neuesten Update. Soweit ich weiß, um das nur ganz kurz zu korrigieren, sind etwa 40% der aktuellen Windows 10 Geräte nicht kompatibel mit Windows 11. Also, aber das ist schon eine enorme Zahl, wenn wir davon ausgehen, dass 70% aller PCs derzeit Windows 10 betreiben oder von denen betrieben wird, dann ist es einfach, das ist einfach zu viel Hardware, die damit nicht mit der populärsten Systemversion benutzt werden kann. Zwar gibt es Alternativen, aber der Mainstream-Consumer kennt diese zu schlecht oder will sich einfach oftmals nicht die Arbeit machen, um da das System zu ändern. Da wird also viel, viel, viele PCs werden im Schrott landen. Und das ist, das ist einfach die, ja, das Fazit, das man hier ziehen muss. Okay, absolut. Vielleicht nochmal ein, zwei Kommentare von euch, Thorsten oder Michael. Ja, ich kann gerne weitermachen. Also, das ist ja wirklich auch ein Thema, landen im Schrott, da hast du auch mit Recht. Wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal solche Umstellungen. Ich kann mich auch an XP-Ende erinnern und so, wie das da eben halt war. Aber da ist ja auch nicht, sehe ich, aus Linux-Desktop draus geworden, wo wir dennoch auch massiv irgendwie gesagt haben, ey, ihr müsst eure Hardware nicht wegschmeißen. Man kann das auch anders nutzen. Und für die meisten Use-Cases reicht es ja auch. Also, ich meine, es sind nicht alle Gamer, die die neueste Hardware brauchen und so. Das gibt es auch und höchstwahrscheinlich für die ist es dann auch wirklich schwierig, dann irgendwie so einen Wechsel anzuschreiben oder so. Das mag ja auch sein. Aber für die meisten Use-Cases ist es das gar nicht. Und dort existiert eine, ich nenne es mal so, keine hohe digitale Kompetenz in dem Sinne, dass man sich die Möglichkeiten kennt, um irgendwie andere Alternativen dann zu wählen. Und da versuche ich immer auch anzusetzen, zu sagen, es gibt noch Möglichkeiten und Alternativen, die man nutzen kann. Aber ich kann natürlich auch nur ein Angebot eröffnen. Und das liegt natürlich an den Menschen selbst, was sie daraus machen. Also, das ist halt so. Absolut. Michael, hast du da nochmal einen Kommentar dazu? Wenn wir uns so vor Augen führen, dass der TPM2-Standard im Jahr 2014 veröffentlicht wurde und jetzt mal so durchrechnen, dass es jetzt neun Jahre gebraucht hat, finde ich jetzt die Entscheidung, die Microsoft da trifft, nicht grundsätzlich falsch. Weil es sichert ja auch den Boot-Prozess ab. Deswegen haben eigentlich eher die Hersteller viel geschlampert. Das heißt, viele Hersteller sind halt weiterhin auf dem 1.2er TPM-Standard geblieben, haben noch viele Einsteiger- und Mittelklasse-Geräte damit veräußert. Und jetzt fliegt das Ganze irgendwo um die Ohren. Jetzt Microsoft irgendwann sagt, wir machen das jetzt als Voraussetzung. Und somit werden viele Geräte einfach aufs Alteisen oder auf dem Schrottplatz landen. Und die Hersteller erhoffen sich halt eine Umsatzgenerierung durch neu verkaufte Geräte. Und das ist eine schwierige Situation. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich jetzt nicht hergehen und sich um Lösungen für die Altgeräte umschauen, sondern einfach eine Neuanschaffung machen. Das fürchte ich. Wobei, ne, wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, dass die Nutzung von Laptop, PCs und so weiter noch runtergehen wird, weil viele auch mit so Tablets und Handys schon vollkommen zufrieden sind und gar nicht mehr diese Use Cases haben. Ich glaube, das wird auch nochmal ein stärkeres Sterben dazu führen, dass auch gar nicht mehr so viele das als System sehen, was sie wirklich brauchen. Sehr interessant. Ich würde das Thema sogar ein bisschen anders bewerten, Thorsten. Aber vielleicht kommen wir da nochmal später drauf. Albert, du wolltest da nochmal was dazu sagen? Ja, ganz kurz. Wenn man sich halt zum Beispiel die Vergangenheit anschaut, wo das Windows-7-Support-Ende war, wir hatten da keinen Covid-Boom, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, muss ich sagen, ob das da ein Sterben geben wird. Ich würde mir die Prognose... Also es ist ein guter Punkt. Ich bin extrem gespannt, ob das passieren wird, weil extrem viele Leute brauchen einfach kein Tablet. Aber Covid hat dann irgendwie gezeigt, auf einmal brauchen doch ganz viele Leute einen PC oder hatten den gebraucht. Vielleicht kommt das jetzt wieder langsam... Da traue ich mich keine Prognose zu. Es ist aber interessant, dass beim 7er-Support-Ende, wo Microsoft das angefangen hat, anzukündigen, auf den Bildschirmen der Leute, also wo dann die Benachrichtigung kam, dein PC ist zu alt, sind ganz viele Leute einfach PC zugeklappt zum Mediamarkt. Na ja, PC. Ohne zu hinter... Also das ist das, was ich so interessant finde. Ohne zu hinterfragen, ohne nachzudenken, hey, kann ich vielleicht von Windows 7, eben das Upgrade auf Windows 10 machen? Das ging ja noch lange, extrem lange. Oder um nachzudenken, was kann ich für meine Hardware tun? Wie kann ich upgraden? HDD auf SSD zum Beispiel ein bisschen mehr haben. Das ist viel günstiger als einen neuen PC zu kaufen. Wesentlich quasi weniger Investitionen. Und dennoch haben ganz viele Leute einfach nicht überlegt, sind sofort neue Hardware kaufen gegangen. Und da gab es eben schon 2019 diesen riesigen Boom im PC-Markt, der eigentlich komplett unerwartet war. 2020 war logisch, warum es so war, warum es einen Anstieg gab an PC-Verkäufen, aber 2019 war es doch ziemlich unlogisch. Und es hat wahrscheinlich einfach damit zusammengehangen, dass Microsoft eine Meldung auf dem Bildschirm von ganz vielen Nutzern angezeigt hat. Ja, also da können wir uns auch so nochmal ein bisschen die Macht, was dann irgendwelche Instanzen haben, die dann einfach nur eine Nachricht rausbringen. Also ich denke, natürlich Microsoft kann das natürlich besser als wir alle, aber ich denke vor allen Dingen auch, beispielsweise Albert oder Michael oder auch ich selber. Ich habe, also wir, vielleicht haben wir ja schon mal alle gemerkt, jeweils was wir eigentlich dann doch noch für einen Einfluss haben. Nur weil irgendjemand von uns was sagt, wie viele Leute das dann für wahre Münze nehmen. Natürlich stimmt das meiste auch, hoffe ich immer. Wir sind natürlich auch nur Menschen, aber das ist unglaublich, wie dann, ja, so einzelne Instanzen dann doch so ein Kaufverhalten beispielsweise auch mit beeinflussen möchten. Ich habe nochmal eins, zwei Kommentare aus den Zuschauern bekommen. Beispielsweise Eduard schreibt, ich persönlich finde es gar nicht schlimm, dass mit Windows 11 auf neue Hardware geachtet wird oder auf neuere Hardware geachtet wird, dass man da auch wirklich mal so einen Sprung wagt. Trotzdem sollte es eine Alternative geben für Leute, die sich neue Hardware nicht leisten können, schreibt er. Ich denke, damit können wir wahrscheinlich alle gut mit... Das ist ein interessanter Ansatz. Was wäre denn die Alternative eurer Meinung nach? Also stelle ich gleich direkt selber die Frage. Was wäre die Alternative für jemanden, der ein altes ThinkPad hat, das aktuell perfekt mit Windows 10 läuft, 2025 am 15. Oktober? Ja, also die Lösung haben wir. Ich wäre gespannt. Sehr gerne. Ich hätte eine. Ja, gerne. Thorsten, ich lasse dir mal den Vorschlag. Nee, nee, es wäre kein Windows mehr. Also so wäre es dann eben halt. Und dort haben sich unterschiedliche Linux-Distributionen ja schon auch in der Vergangenheit gezeigt, dass die Use Cases, die meisten Use Cases, die ein Mensch braucht, um mit dem Rechner zu arbeiten, damit eben halt sehr gut abdecken kann. Mag vielleicht sein, dass es da auch spezielle Sachen noch gibt, wobei die schon wirklich sehr rar geworden sind. Und mein, dafür halten wir immer ein Ubuntu, dort zu installieren. Das ist eine gute Einstiegsdroge, nenne ich es mal, in den Linux-Bereich. Und damit kann man erstmal hantieren. Aber natürlich wäre es auch genauso, kann man auch ein Suse draufpacken oder ein Fedora oder sowas. Absolut. Und gerade auch, gerade ThinkPad und so, die sind, was Hardware-Unterstützung angeht, bei den Linux-Sachen sowieso super. Also genauso wie die DELs und so. Aber auch andere Geräte haben nicht mehr viele Probleme mit so Hardware-Bestandteilen. Bezüglich Software-Kompatibilität haben wir halt eben doch einen gewissen Defizit. Ich denke, das ist uns allen bewusst. Was ich da tatsächlich auch aktuell bei vielen Unternehmen mittlerweile durchführe, aber auch bei manchen Privatpersonen, die sich bei uns melden, ist tatsächlich, dass wir eine virtuelle Maschine aufsetzen mit einem Windows dann drin, wo dann, wenn man sagt, okay, meine Steuersoftware oder sowas läuft nur auf Windows und man kriegt das nicht gescheit so, direkt unter Linux zu laufen, mit irgendwelchen Emulatoren, in Anfangszeichen, oder Sachen, die kein Emulator sind, Stichwort Wine, dann tatsächlich die virtuelle Maschine mit dem Windows zu nehmen und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Das einzige Manko, was wir haben, ist bei der 3D-Beschleunigung. Dort hat man halt schon etwas weniger Power, wobei so einfache 3D-Sachen, die funktionieren trotzdem ganz okay. Aber jetzt, wenn man beispielsweise in Richtung Gaming sieht, dann sind wir da natürlich, dann kannst du es vergessen, meiner Ansicht nach. Aber gut, dann kannst du die alte Hardware sowieso vergessen, sagen wir es mal so. Und ich glaube noch bei Adobe-Programmen. Wenn man jetzt wirklich auf der Adobe-Reihe liegt, dann hat man unter Linux es wirklich, wirklich schwer. Ansonsten funktioniert das tatsächlich, also ziemlich gut. Ich würde mal sagen, mit so einem Konzept, habt ihr auch schon mal verschiedene Konzepte auch noch mal auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht und so weiter. Ich denke vielleicht auch du, Michel, oder du vielleicht auch, Albert. Du hast ja auch immer mal wieder so Videos über Linux gemacht, was ich auch immer sehr cool finde, dass man so auch immer, genau, sich die andere Seite anschaut. Immer wieder gerne. Ja, ist super cool. Und tatsächlich, genau, habe ich da auch was geplant in der Zukunft im anderen Bereich. Bin ich mal sehr gespannt. Und ich würde jetzt aber noch mal auf ein Problem hinkommen, was der Albert wahrscheinlich jetzt so, wahrscheinlich auch direkt sehen würde. Und ich glaube, das probieren wir einfach mal live aus. Michel, was empfiehlst du denn so den Leuten an einem Linux? Welches Linux empfiehlst du einem Einsteiger? Du meinst, welche Distribution? Genau. Einfach mal ein, zwei, drei Wörter. Nicht viel, sondern... Ich schließe mich Thorsten an. Ich denke, Ubuntu ist für viele eine gute Einstiegsdistribution. Linux Mint auch genauso. Und Fedora oder Suse würde ich derzeit nicht so, bin ich nicht so angetan, das zu empfehlen, weil dann wahrscheinlich dann doch recht schnelle Situationen eintreten, wo wir mit dem User überfordert sein werden. Deswegen Ubuntu und Linux Mint. Punkt. Ja, absolut. Ja, und da haben wir, glaube ich, auch wieder so den Salat. Also ich würde auch Linux Mint aktuell empfehlen, beispielsweise. Ja, wir haben super viele Möglichkeiten, wie jemand in Linux einsteigen kann. Wir können nicht sagen so, hey, ich gebe dir das Linux, beziehungsweise, also das kann man schon machen, macht jeder von uns halt unterschiedlich. Das ist natürlich auch eine Philosophie von Linux, aber ich glaube, für einen Einsteiger oder Umsteiger unglaublich schwierig, dann sich auszuwählen, okay, was nehme ich jetzt, was ist die beste Wahl für mich und so weiter. Und ich glaube, das ist auch nochmal, was meinst du? Sollte der auch nicht machen. Sollte er auch nicht machen, aber... Nee, geh zu irgendjemandem, der sich damit auskennt und mach das, was der sagt. Nimm die Linux-Distribution, die der eben halt empfehlen kann und der dann vielleicht auch für Fragen für dich zur Verfügung steht. Viel besser, als wenn du dich selbst darum kümmerst und das versuchst auszusuchen. Weil wenn mich jemand fragt, ist das Ubuntu und dann kümmere ich mich auch darum und kann denen ein bisschen helfen. Und wenn du einen Freund hast, der besser irgendwie mit Arch Linux unterwegs ist und da irgendwie das gut supporten kann, mach das lieber. Ganz klar. Da haben wir so die Sachenfrage. Fünf Linux-Leute und bekommen zehn Meinungen. Ich glaube, das ist einfach, ich sag mal, so draus gewachsen und es hat auch Vorteile, dass wir natürlich so zerstreut manchmal sind. Also dadurch haben wir wirklich so einen Wettbewerb der verschiedenen Technologien und so weiter. Siehe Snap und Flatpak beispielsweise oder weitere Sachen. Das ist schon ziemlich cool. Aber natürlich für jemanden, der da neu reinkommt und jetzt beispielsweise keine Person hat, die ihm jetzt sagt, hey, nimm das, dann wird das natürlich schwieriger. Das versuchen natürlich Michel und ich so ein bisschen abzunehmen dann auch. Und Gott sei Dank erhalten wir da auch viele Nachrichten. Ich denke, bei dir ist es auch nicht anders, Michel, dass wir dadurch doch echt der Grund waren, dass es dann tatsächlich auch viele umgestiegen sind. Aber es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, Albert, was sind denn deiner Ansicht nach die Hürden? Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, okay, 2025, mein Windows 10 geht nicht mehr oder mein Windows 11 geht nicht mehr auf den neuen Rechner. Was mache ich denn jetzt? Was für Hürden würdest du sehen, im Umstieg in Richtung auf Linux? Also von meiner Erfahrung nach, ich spreche es nur aus meiner persönlichen Erfahrung, es ist relativ wenig, die ich habe mit Linux, ist es vor allem Hardware-Kompatibilität mit modernen Geräten. Wenn du jetzt sowas, ich meine, das Problem habe ich natürlich jetzt nicht mit dem Dell XPS 13, das vor mir steht, oder so einem Lenovo Legion Gaming PC. Die sind auf Windows 11 und die werden weiter Updates bekommen, wahrscheinlich auch über die nächste Windows-Version hinaus. Und da sehe ich gar nicht den Bedarf so sehr an Linux. Es ist eher so, das ist dann tatsächlich eine Wahl, ob ich es benutzen will. Und wenn du dann keine Soundtreiber oder einen Videotreiber findest, so einfach unter Fedora, dann ist es vielleicht für diesen User, für diese Use Case ein Problem. Wenn wir allerdings von einem ThinkPad T480 reden, das müsste, glaube ich, sogar ganz knapp kompatibel sein, oder generell sehr einfach kompatibler Hardware, glaube ich, spricht nichts dagegen. Ich würde es selber empfehlen, bevor man sich die Arbeit antut. Es ist eine Alternative. Ich bewerbe die auf meinem Kanal relativ oft, wie man Windows 11 geupdatet halten kann auf älterer Hardware. Aber das Problem ist halt, Microsoft stellt einem Aktivsteine in den Weg. Die wollen nicht, dass du das machst. Das ist halt die Sache, die mich selber enttäuscht. Ich würde sagen, solange das System läuft, benutze es auf eigener Gefahr. Wenn es dann morgen mit einem Update nicht mehr funktioniert, ist es dein Problem. Ich würde dem Nutzer so weit quasi die Intelligenz zutrauen. Das tut Microsoft offenbar nicht. Die wollen das nicht. Die sagen, du kriegst keine Updates und wir sorgen dafür, dass du keine bekommst. Das ist ein bisschen enttäuschend. Du musst sie tatsächlich manuell aktualisieren und das ist für viele User einfach ein Problem. Da würde ich hergehen und sagen, ja, nimm dir lieber ein Ubuntu. PopOS ist wundervoll, finde ich. Und benutze es auf deiner alten Hardware weiter. Es ist nicht so viel Arbeit. Es ist einmal eingerichtet, einmal Software installiert. Und für die meisten User, die jetzt tatsächlich nur Browser, Alltag, vielleicht leichtes Office, da ist es gar nicht so wichtig, ob das Dokument mega kompatibel ist mit Microsoft Word. Es kann im Grunde, jedes Format kann dargestellt werden. Die meisten Nutzer machen keine so komplizierten Sachen auf ihrem PC. Das ist da ein spezielles, wirklich, das muss Microsoft Office sein. Es ist im Unternehmensbereich vielleicht notwendig, aber im Privatbereich, glaube ich, es spricht gar nichts gegen Linux nach 2025. Das Einzige, mein Problem war halt bisher einfach nur Hardware-Kompatibilität auf dem Gerät, das ich damit benutzen will. Ich will mich halt nicht limitieren. Ich will auch Video bearbeiten unter Linux. Ich will auch vielleicht ein bisschen zocken unter Linux. Und ich will perfekte Kompatibilität haben mit meiner Hardware, die ich habe. Zum Beispiel Palm Rejection in Trackpads. Das ist etwas, wo ich immer ein Problem hatte mit Linux, wo ich nie auf einen grünen Zweig damit gekommen bin. Ganz kurz. Ich weiß nicht, wie... Kannst du das bitte übersetzen? Touchpads, also Palm Rejection, also das ist die Finger, wie soll ich sagen, wenn der Handball draufkommt. Die Handballenerkennung, genau, beim Touchpad. Ich weiß gerade, das Wort hat nicht eingefallen. Wenn du auf der Tastatur tippst, dann bewegt sich oft die Maus unter Linux und es stört mich extrem. Insbesondere bei moderner Hardware, die halt oft riesige Touchpads hat. Ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt. Also tatsächlich, also haben wir damit absolut keine Probleme, oder? Also, aber gut, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen aus dem Zweifel. Da brauche ich Support. Das sowieso. Also, nee, aber bei uns, also eben Support, also wir kriegen ja, also ich kriege ja schon relativ viele Problemfälle rein und ich würde sagen, das war eigentlich nie ein großes Problem. Die meisten Desktops haben sogar so, wenn man gerade tippt oder sowas, dass das Touchpad aktiv ausgeschaltet wird. Das ist automatisch schon mit drin. Aber diese Palm Rejection, und das kommt halt dann eher auf den Treiber an. Und ich glaube, das kommt dann halt auch auf den Hardware-Hersteller an und so weiter. Aber ich glaube, vielleicht hat auch niemand von uns so das riesige Problem damit. Aber ich glaube, ich würde auch sagen, und das ist leider auch schade, deswegen versuche ich auch immer mehr, auch wieder in die Windows-Feld zu kommen oder mich da einzudenken. Wir haben so zwei komplett unterschiedliche Benutzerprofile, sag ich mal. Also, ich glaube, jetzt, wenn wir es beispielsweise sehen, Michel, Thorsten und ich, ich spreche mal für uns alle, ja. Ich glaube, wir haben super selten wirklich Probleme mit der Hardware, die wir nicht lösen können oder wo wir sagen können, ah, das ist jetzt wirklich Mist. Würdet ihr da so mitgehen oder einfach mal kurz? Also, das letzte Problem, was ich fixen musste, war bei meinem Arbeits-Windows-Rechner, weil da der WLAN-Treiber nicht mehr vorhanden war, nachdem ein Update war. Okay. Ich kann nicht mal hin in Linux. Ja, ja. Aber gut, war jetzt vielleicht auch ein Sonderfall, aber, ähm, nee, ich habe nicht. Es ist wenig so, ne? Also, ich glaube, bei MacBooks ist es nochmal anders, ne, wenn wir uns das anschauen. Ich glaube, Michel, du hast da auch ein richtig cooles Video letztens drüber gemacht. Aber ich würde sagen, nee, da haben wir gar nicht so die Probleme. Und ich glaube, wir haben auch ein ganz anderes Nutzerverhalten, inwiefern was funktioniert und wie wir Sachen angehen. Beispielsweise unter Linux gibt es ultra coole Abkürzungen manchmal, die man unter Windows nicht hat. Aber dafür hat man unter Windows auch verschiedene Nutzerverhalten, die, ich glaube, ja, die wir selber gar nicht unter Linux kennen oder gar nicht vielleicht auftun oder einfach noch ganz anders lösen. Also, ein Beispiel hätte ich jetzt bei Linux, wenn man irgendwas markiert in der Textzeile irgendwo, dann kann man das irgendwo anders mit der mittleren Maustaste direkt einfügen. Das ist so eine schnellere Zwischenablage, die ist komplett unabhängig davon. Das ist einfach mega beispielsweise und das hat man unter Windows nicht. Das würde mir direkt unter Windows einfallen, also was man da, glaube ich, nicht so hat. Ansonsten bei Windows, ja, fallen mir sicher auch manche Sachen ein. Hast du vielleicht was, Albert? Windows-Linux-Unterschied. Ähm, ich ganz ehrlich kämpfe mit jeder Linux-Installation mit, weil ich habe es zuletzt auf relativ moderner Nvidia-basierter Hardware probiert, Surft-Again i7 und ich hatte nur Probleme. Ich habe Sound gar nicht hinbekommen. Ich wollte tatsächlich für mindestens einen Monat den Umstieg machen. Also das war tatsächlich mal, ich habe ein paar Distros ausprobiert, haben mir gedacht, Fedora wäre genau das Richtige. Ich weiß, es ist nicht der beste Anfang. Aber ich wollte halt tatsächlich den Linux-Way gehen, komplett, 100%. Ja, sehr cool. Und es müsste für meinen Workflow eigentlich funktionieren, nur hat es das im Endeffekt nicht ohne extremen Zeitverlust für mich. Und ich habe mir ein, zwei Tage dafür genommen und beide habe ich quasi aufgebraucht und da habe ich gesagt, naja, jetzt install Windows, einfach stick rein und zurück. Okay, sehr verständlich. Ja, sehr verständlich. Sehr verständlich. Absolut. Wenn du Lust hast, Albert, können wir ja da mal so ein bisschen miteinander kooperieren, weil ich plane nämlich so etwas Ähnliches auch. Also mal tatsächlich, ich weiß nicht wann genau. Eigentlich wollte ich diesen Herbst machen, jetzt habe ich es noch nicht gemacht. wirklich mal da einen Monat wirklich nochmal komplett rüber zu wechseln. Und wenn du möchtest, wenn du es nochmal irgendwann angehen möchtest, dann helfe ich dir da gerne dabei und gib vielleicht auch nochmal... Kriege ich Support? Immer gerne, immer gerne. Gerne, gerne. Absolut gerne. Und ich möchte dann Michael das Ratschlag da nochmal reinbringen, dann benutze doch ein Mint oder ein Hub und Hub. Beispielsweise. Also ich würde auch kein Fedora am Anfang empfehlen, aber das ist, genau, da sehen wir halt die Sachen. Also wenn du halt niemanden hast, ich sage mal, der sich so ein bisschen auskennt, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich kriege es in so vielen Linux-Visor-Gruppen mit, also das sind so lokale Gruppen, wo sich Linux-Mutzer treffen, wo auch neue Leute reinkommen. Also da, auch wenn du die fünf oder zehn Leute fragst, die da sitzen, die haben auch alle unterschiedliche Meinungen und dann werden da manchmal Konstrukte ausgepackt, wo ich mir eigentlich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und sagen so, sag mal, das kann doch kein Einsteiger wirklich gut nutzen. Das gibt es auch in Windows. Gibt es auch in Windows. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht nicht so verteilt, weil es da so viele Denkweisen gibt bei Linux, allein schon Philosophien und dann basierend darauf noch so viele unterschiedliche Sachen, aber in Windows gibt es auch Gefrickel, dass du nicht glauben wirst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber manchmal, also klar, ich glaube, das ist immer so, auf der anderen Seite des Ufers wächst das Glas immer ein bisschen grüner in manchen Hinsichten. Manchmal denkt man sich so, ah, gut, ja, jetzt auf Windows hätte ich das Problem nicht. Wo hatte ich das letztes Mal, was mich richtig geärgert hat? Genau. Was wir beispielsweise gar nicht haben, ist, wenn wir die Nvidia-Unterstützung sehen bezüglich, und ihr als Windows-Nutzer habt, ein super cooles Feature mit der Webcam, dass ihr da super cool direkt, ich glaube, Hintergründe viel einfacher entfernen könnt und das direkt integriert auf eure Grafikkarte. Wir müssen da meistens über die CPU gehen und das ist alles nicht so schön und ich glaube, eins ist so Sachen, die haben mich wirklich weggehauen, wo ich mir wirklich sage, okay, das gibt es unter Linux einfach nicht, kriegst du nicht zum Laufen, weil Nvidia das einfach nicht unterstützt. Beispielsweise, da stelle ich mir dann vor, dass das Glas grüner wächst. Ich glaube, viele andere denken sich so, ah, gut, schon wieder irgendein Pop-up. Auf Linux hätte ich das jetzt nicht. Blöd gesagt, ne? Also ich glaube da, ne? Absolut. Ich würde auch dazu stimmen, komplett. Das ist cool. Ich glaube auch vor allen Dingen, wenn man einen neuen Rechner kauft oder sowas mit Windows, dann ist ja auch manchmal so irgendwie 90 Tage kostenlose Testversion. Ich glaube, du wirst es genauso hassen wie wir. Weiß ich nicht. Absolut. Also ich glaube auch, diese viele Features, die dazukommen, ich meine, ob du das jetzt in Discord einschaltest, irgendwie den Hintergrund zu deaktivieren, ob du das in deinem Nvidia-Software machst oder ob du zum Beispiel ein Windows-ARM-Gerät hast, wo dir das auch in den Windows-Einstellungen sogar angeboten wird, ist im Endeffekt für den Endkunden vollkommen egal. Das ist, glaube ich, ich meine, natürlich ist es feiner, wenn es die Grafikkarte selber rendern kann und es sieht wahrscheinlich besser aus, der Effekt sieht besser aus, aber es ist doch immer Meeting-Software. Nicht jeder hat so viel Zeit oder Lust darauf, vor dem Meeting jetzt den Hintergrund zu bearbeiten. Das macht man mit einem Klick und wenn es dann funktioniert, perfekt, wenn es nicht funktioniert, dann vergesse ich es einfach, wie jeder andere User wahrscheinlich auch. Das stimmt natürlich. Also ich glaube, vielleicht war es auch ein schlechtes Beispiel. Irgendwas von Nvidia gab es, was man unter Linux partout nicht hinbekommen hat. Vielleicht war es noch ein bisschen was anderes. Das kann ich aber, weiß ich nicht mehr ganz genau. Na, aber also trotzdem haben wir beispielsweise, was ihr habt, ist so ein Nvidia-Control-Center, wo man die Grafikkarte nochmal genauer betrachten kann, was super schön animiert ist und so weiter. Und wir haben da unsere Nvidia-X-Server-Settings oder sowas. Die meisten Nvidia-Mützer kennen das. Das ist nicht vergleichbar. Absolut nicht. Das sieht ein bisschen basiker aus, sozusagen. Wayland-Treiber kommen aber von Nvidia mittlerweile. Gibt es das? Ach Gott. Ich glaube, kein Wayland-Treiber. Jetzt über Wayland. Jetzt greifst du an. Ja, ich glaube, ein Argument gegen Linux im Umstieg ist Wayland. Also da funktioniert es. Also da jetzt mal. Ja, Nvidia, oder? Also, naja, also es kommt schon nochmal ein bisschen drauf an. Also Wayland ist sehr früh noch in der Phase, obwohl es schon lange entwickelt wird und kann einige Sachen noch nicht ganz so super gut. Und ich habe schon als Lösung bei Linux-Systemen Wayland wieder ausgeschaltet, damit eben halt alles wieder gut läuft. Gerade sowas wie Screen-Sharing auf einer Online-Konferenz und so, das funktioniert zum Teil mit Wayland nicht. und so weiter. Das sind so Basic-Sachen, wo man dann doch wieder Wayland ausschaltet. Das geht ja auch ganz einfach und dann wieder auf X zurückgeht, was natürlich unschön ist, weil es ist natürlich was, was neuer ist. Und das sollen wir auch in Zukunft nutzen. Aber es ist an der Stelle manchmal noch nicht so ganz ausgereift. Darf ich kurz? Weil wir haben hier schon doch sehr viel über Linux geredet und ich wollte kurz noch ein Thema einbringen, wenn ich darf. Sehr. Und zwar auch gerne an die Community auf YouTube. Ich lese da ein bisschen auch den Chat mit. Was wäre denn, wenn Microsoft das Service Windows durchzieht? Also wir haben ja alle, wir wissen ja alle, Windows 10 war das Service Windows. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr jetzt in dieser Runde mit Windows 10 hattet, aber um es kurz zusammenzufassen, jedes Windows 10 Update brachte irgendwie ein Service Feature mit. Microsoft hat zum Beispiel Beam gekauft, diese Video Streaming Plattform und dann wollte, dass man das pushen ein Jahr lang. Dann hat man es eingestellt. Dann hatte man Linux, dann hatte man Remix 3D, diese Paint 3D Software, wo man quasi irgendwelche 3D Modelle von Microsofts Diensten runterladen konnte. Also alles und dann auch noch das Kontakte hat. All diese Features gibt es nicht mehr. Die wurden alle innerhalb von ein, zwei Jahren eingestellt, nachdem sie released wurden. Aber sie ging in diese Richtung, um zu sagen, Microsoft wollte ein Service Windows etablieren. Und Windows 10 ist für mich immer das geblieben, ein werbeverseucht, sage ich mal, ein werbeverseuchtes System, wo Microsoft wirklich versucht, seine Dienste zu pushen, so wie es Apple in den letzten Jahren am iPhone macht. Versucht man, iPhone zu verwenden, ohne Apple Music und so weiter, Abos, ziemlich viel Werbung im System. Und ich denke jetzt, wenn Microsoft jetzt hergeht und sagt, jetzt kommt der Co-Pilot dieser AI-Assistenz in Windows 10, vielleicht werden jetzt noch mehr AI-Features zurückportiert, die man sehr leicht an ein Service-Modell koppeln kann. Du kannst zum Beispiel nichts aus Paint ausschneiden, mit dem AI-Tool oder was auch immer, oder mit dem AI-Generator, wenn du zum Beispiel nicht für Microsoft 365 zahlst. Oder du kannst es dreimal am Tag machen und du kannst es dann zehnmal am Tag machen, ein Bild zu generieren in Microsoft Paint mit dem Co-Pilot, wenn du dafür bezahlst. Was, wenn Microsoft den Weg weitergeht und sagt, ja, Windows 10 ist das Service-Windows, drei Jahre Support gibt es länger, wenn du monatlich dafür zahlst. Neu Euro im Monat, drei Euro im Monat für ES Extended Updates. Das machen die bei Unternehmen. Unternehmen stehen ziemlich drauf, ihre Hardware nicht updaten zu müssen oder upgraden zu müssen. Was denkt ihr aus User-Perspektive? Weil es ist einfacher, als jemand, der Erfahrung hat, also das seid auf jeden Fall ihr, im Linux-Bereich und im Switch-Bereich von Windows 10 auf Linux. Was denkt ihr, was ist komfortabler für die meisten Nutzer? Ein Euro im Monat? Zwölf Euro im Jahr? Drei Jahre lang? Und dann erst einen neuen PC kaufen? Oder Linux installieren sofort und die Zahlung ausweichen? Ich weiß, philosophisch werdet ihr eins antworten, aber was denkt ihr, es ist praktisch, was denkt ihr, werden User dafür sagen, darüber sagen? Vor allem Microsoft hat das nicht angekündigt, also das ist nur meine persönliche Spekulation jetzt. Wirf doch mal einen Blick auf die Marktzeilen, was heute noch an Windows 7 unterwegs ist. Die Akzeptanz für Pay-as-you-go-Services, glaube ich, dass es für Windows nicht gegeben sein wird. Also mag ich stark zu bezweifeln. Ja. Thorsten, was sagst du dazu? Ja, also würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, da ist nicht eine große Bereitschaft dafür da. Da muss man aber dann auch wieder gucken, was ist dann möglich und was kann man dann eben halt auch nutzen. Das hat auch dann wieder zu tun, glaube ich, ob Leute auch, vielleicht sogar auch, ein Betriebssystem mal wechseln. Für welche, die wirklich so ganz einfache Sachen machen, wie meine Mutter, die eben halt mit dem Browser unterwegs ist und auch nicht viel mehr so ungefähr und ein bisschen Fotos zusammenschneidet und so, da reicht natürlich irgendwie auch ein Linux-System für. Und genau, ich glaube, dass die Bereitschaft da auch nicht gerade sehr hoch ist, wobei ich auch glaube, dass, also ich würde eine Theorie auch unterstreichen wollen, ich glaube auch, dass Windows eher mehr in diese, also Microsoft eher mehr in diese Richtung auch geht und das auch versucht zu fokussieren, wird schwierig. Wollen wir es mal so sagen, aber ich glaube da nicht so ganz dran, dass die große Bereitschaft dafür da ist. Das ist sich ähnlich. Okay, also ich muss sagen, sehr coole Frage. Ich würde, ich hätte sogar gesagt, also wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt absoluter Windows-Nutzer und ich wüsste nichts über Linux und hätte absolut keinen Bock, mich da einzuarbeiten, was wahrscheinlich schon viele haben. Ich glaube, also ich würde diese 12 Euro im Jahr zahlen, dass ich einfach mein Windows 10 weiter nutzen kann, wenn ich kein Windows 11 nutzen möchte, beispielsweise. Also ich könnte mir es tatsächlich gut vorstellen aus dieser Seite, bin ich ehrlich. Aber natürlich kommt es immer drauf an, inwiefern, wenn man sich sagt, okay, jetzt muss ich sowieso noch mal 12 mal, okay, 12 mal 3, 36 Euro, das ist nix eigentlich, im Gegensatz zum neuen PC. Muss man halt immer sich die Frage stellen. Also ich glaube, die meisten würden es wahrscheinlich eh nicht, also einfach nicht zahlen und das trotzdem weiter nutzen, ohne Updates. Also ich denke, das wird wahrscheinlich so das Ding sein. Das hat auch ein Nutzer, auch der Tom beispielsweise geschrieben, die Rechner werden vermutlich weiterhin mit Windows 10 betrieben. Genau, also tatsächlich viel. Aber das ist schade. Das ist schade, ganz ehrlich. Einfach wegen, das ist enorm schade, wenn einfach diese Nutzer ihre alten PCs nicht mehr mit Sicherheitsupdates unter Windows, das ist extrem wichtig. Sehr schade, aber dafür gibt es ja NordVPN und so. Ja, also ich glaube, du wirst genauso lachen oder ich werde genauso lachen, aber wir wissen alle, dass ich denke, der Standardnutzer nicht so richtig viel Ahnung über PC-Sicherheit hat. und sobald er irgendein Zusatzprodukt kauft, sei es irgendeine Virenschutzsoftware, VPN-Anbieter, irgendwas, die verkaufen ja ungefähr immer dasselbe Gefühl, sage ich jetzt einfach mal auch ganz bewusst jetzt. Genau, ich bin sicher. Und dann haben die da gar nicht so den Blick darauf, oh, jetzt bin ich wirklich unsicher, ich habe doch NordVPN, sag ich, oder CyberGhost und was es da immer noch gibt. Also ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich, dass das auch... Ich habe mir gerade gedacht, da kommt jetzt das Sponsorsegment. Gefühlte Sicherheit verkaufen. Nicht bei uns. Blöde Frage, Albert, habt ihr schon mal so ein VPN-Sponsoring gemacht? Ja, ja, definitiv. Würdest du es auch empfehlen? Ein VPN, ich habe ein VPN. Also ich benutze schon einen, aber nicht jetzt aus Sponsorgründen, sondern halt wegen verschiedenen anderen Dingen. die ich jetzt nicht mehr angehören will. Streaming wahrscheinlich, ne? Also ich denke, Streaming in allen Ländern. Ja, genau so was. Deswegen sollte man VPN, also deswegen kann man auch VPN verwenden und so weiter, ne? Aber viele verkaufen das ja mit dem Punkto aus Sicherheit. Ich glaube, da gehst du wahrscheinlich auch mit, dass das... Genau, da gehe ich aber auch bei den Sponsorships immer her und sage, also ich versuche es zu verhandeln quasi und zu sagen, hey, ich kann euch jetzt nicht sagen, ihr werdet einen sicheren PC haben oder ihr seid gegen Viren geschützt deswegen oder ihr habt mehr Sicherheit. Ihr habt mehr Sicherheit vor eurem Netzbetreiber, was jetzt in Österreich, Deutschland nicht so das Riesenproblem ist oder in der EU generell. In den USA ist es was anderes. Da ist schon auch der Standpunkt legitim oder in öffentlichen Cafés, da benutze ich selber auch immer ein VPN, wenn ich mich einloggen muss in den Wählen. Aber nur zu dem Thema kurz, das sehe ich ähnlich. Also da muss man Leuten halt keinen Blödsinn verkaufen und vor allem, wenn man eine Audience hat wie du und ich auf YouTube, die eher technisch ist. Du hast eben die Linux-User, ich auf der anderen Seite die etwas technischeren Windows-User, die sich für das Thema interessieren. Du kannst einfach den Leuten auch keinen Blödsinn verkaufen. Das wäre einfach unehrlich. Also zu Sponsor-Segments. Absolut. Vor allem ein bisschen Scherz auf deine Rechnung. Sehr cool, sehr cool. Nee, alles super, ja. Nee, also das ist vielleicht auch noch ein ganz anderes Thema. Aber wahrscheinlich kein Abo, weil das Ding ist, wenn man sich anschaut, wie viele Leute bei Windows 7 Support Ende einen neuen PC gekauft haben. So viele, dass sich tatsächlich ein, ein, wie soll ich sagen, dass sich das tatsächlich in den PC, in den Verkäufen der PC-Hersteller bemerkbar gemacht hat. In ihren Literal-Absätzen war das bemerkbar. Einfach nur, weil... Da ist er weg, oder? Oh, ja. Windows-Screen. VPN beworben. Oh, ja. Genau, also das VPN ist so gerade abgestürzt. Jetzt hoffentlich gleich wieder da. Weiß ich nicht. Also, ne, weiß ich nicht. Er ist sicher gleich wieder da. Aber währenddessen würde ich einfach mal sagen... Machen wir kurz weiter. Und dann sind halt viele Leute bereit, ihre Kreditkarte zu zücken und für ein Jahr 60, 70 Euro für ein Virus total oder was auch immer zu zahlen. Ich glaube, wenn Microsoft und wenn legit die Microsoft-Meldung kommt auf deinem Bildschirm, du kannst deinen PC jetzt nicht mehr weiterverwenden, du musst einen neuen kaufen oder du zahlst 12 Euro im Jahr. Ich weiß nicht. Ich will nicht daran glauben. Ich möchte nicht daran glauben. Das ist auch nur mit meiner eigenen Spekulation. Aber ich habe das Gefühl, sie könnten das Service-Windows tatsächlich durchziehen. Wir hören ihn nicht. Gerade haben wir technische Sachen. Ihr hört ihn nicht. Ich höre ihn. Was ist los? Sehr geil. Ja, du warst kurz... Ist ein anderes Schnelles weg. Ja, so, so, so. Hören wir uns alle wieder mal test, test. Hört ihr Albert wieder? Nein. Ihr hört Albert nicht? Nein. Albert ist, glaube ich, noch... Also, ich höre Albert wieder. Ja, ich bin noch hier. Ja, genau. Weil du warst eben kurz weg und seitdem... Ich glaube, wir laden mal alle ganz, ganz kurz neu. Also nicht die Regie, sondern der Rest lädt einfach mal ganz, ganz kurz neu, drückt R5 und dann sind wir gleich wieder da. Besonders Michael und Thorsten auf jeden Fall. Genau. Ich glaube... So, wieder da. Und ich hoffe, der Rest... Der Rest hört... Hört dich wieder. Thorsten? Ja. Michael? Genau, perfekt. Albert, sag mal kurz was. Albert, du check oder sowas. Nee, er hört mich auch nicht, ne? Aber wir beide hören uns. Also, ich kann nicht hören. Ich kann nicht hören. Ja, also, ich hoffe, dass... Ich kann schon nicht hören, auf jeden Fall. Dann lade ich nochmal neu. Genau. Also, ich kann mittlerweile alle hören. Das ist gut. Ah, jetzt, jetzt... Ja. Genau, jetzt funktioniert es wieder. Super. Jetzt sind wir alle wieder da. Ja, von den... Und von daher, wenn einer mal wegspricht, dann alles gut, dass wir das auch mal so live getestet haben. Genau. Albert, kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was du eben sagen wolltest? Ähm... Sorry, das war jetzt ein bisschen... Ähm, ich glaube, ganz viele Leute werden, ähm, ähm, eventuell, äh, wahrscheinlich ein Abo von Windows in Betracht ziehen, wenn es ihnen, ähm, nötigend am Bildschirm, äh, von Microsoft offiziell angezeigt wird. Und das jeden Tag. 365 Tage im Jahr vor Support Ende. Ich denke. Das ist so meine kleine Vermutung, ja. Ja, ja, ja. Du hast ja auch nochmal einen ganz, ganz anderen Einblick da drin. Ja, also es kann sehr, sehr gut sein, tatsächlich. Ja. Ähm, ich würde vielleicht sagen, wir haben noch fünf Minuten. Ich würde vielleicht nochmal kurz sagen, hat jeder von euch, ähm, die Punkte so ein bisschen angesprochen, die er ansprechen wollte? Oder, ähm, hat jemand noch einen Punkt, den er unbedingt nochmal reinbringen soll, will? Ich hätte noch einen. Dann los mit. Also, nicht jeder ist ja immer in der Lage, aus finanziellen Aspekten heraus, permanent, wenn es ein Hersteller möchte, Hardware zu erneuern. Für solche Leute kann es vielleicht Sinn machen, Linux mal auszuprobieren. Wenn das Thema Geld kein Problem ist, und man von Microsoft zugeballert wird mit Werbung. Es gibt ja, ne, Linux und Windows auch noch Mac OS. Also, es gibt verschiedene Optionen, die man ergreifen kann. Ich würde immer mal empfehlen, das zu machen, wo man das beste Bauchgefühl mit hat. Es geht ja nicht darum, irgendwas fanatisch oder wie eine Religion zu verfolgen. Das geht dann auch nicht mit Windows oder mit Linux oder mit Mac OS. Aber man soll einfach schauen, ein unsupportetes Windows würde ich keinem mehr empfehlen. stattdessen dann entweder eine neue Investition planen oder halt tatsächlich den Wechsel auf Windows und vorher datensichern. immer datensichern. Absolut, ja. Ganz kurzen Aspekt, den ich dann nochmal ganz kurz, man kann auch ein Windows haben und gleichzeitig ein Linux. Das ist bei vielen Leuten auch gar nicht so bewusst. Und das geht mir jetzt immer so, dass ich beim weihnachtlichen Support in Familienzusammenhängen bei PC-Problemen, was höchstwahrscheinlich jeder kennt, der irgendwas mit Rechnern macht, nutze ich ganz gerne auch mittlerweile das Windows-Subsystem for Linux dort. Das kann mittlerweile so auch Treiber durchreichen an das Windows-System. Man erkennt den alten Drucker über das Subsystem und auf einmal ist der unter Windows auch verfügbar. Spielerei, aber wer mal Lust hat, so ein ganz bisschen Linux auch aufzuprobieren, kann sich dieses WSL als App laden und dann bekommt man auch ein bisschen von Linux mit. Also das war so am Rande so ein lustiger Fun-Fact. Sehr cool. Ich würde vielleicht nochmal ganz am Ende, also wir haben nur noch zwei Minuten, aber ist mir egal, ich mache das Programm. Ganz kurze Frage an Albert nochmal. Wie du das einfach einschätzt, würdest du erwarten, dass Microsoft langfristig einen Linux-Kernel hauptsächlich mit einbaut und vielleicht irgendwann ganz, ganz, ganz in der Zukunft die eigene Kernel-Entwicklung einstellt? Das ist eine schwere Frage, ehrlich gesagt. Ich würde aktuell eher Nein sagen. Es hängt halt sehr davon ab, wie sich insbesondere Cloud in den nächsten paar Jahren entwickelt für Microsoft, wie sehr deren Fokus dort sich hin zu Linux bewegt und wie sich auch die Nutzerschaft von Windows verändert im Laufe der Jahre. Wenn das tatsächlich nur Business-Entwickler-Unternehmen sind, kann ich mir das einigermaßen vorstellen, aber im Laufe schon von sehr vielen Jahren und sehr vielen Veränderungen nicht, absolut nicht kurzfristig. Aber dass sich Microsoft aktiver darum kümmern wird, das sieht man ja schon und dass man sich in Open-Source-Projekten involvieren wird, das vergrößert natürlich auch den Einfluss, den so ein Konzern hat und das ist auch in ihrem Interesse und ich kann mir vorstellen, dass die da schon ein bisschen was weitermachen werden in die Richtung. Ob man den vollen Linux-Kernel in Windows integrieren wird, das hängt echt davon ab, wie das Klientel, für das es vorgesehen ist, das WSL dann tatsächlich benutzt. Absolut cool, danke. Ich glaube, es ist doch mal ein ganz, ganz eigenes Thema. Ich glaube, darüber könnten wir auch mindestens eine Stunde nicht telefonieren, sondern diskutieren. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Unsere Zeit ist leider zu Ende, außer es hat noch mal jemand von euch etwas, was er unbedingt loswerden möchte. Das ist nicht der Fall. Das wünsche ich auch. Schön, Reinschau bei den Tux-Tagen. Unbedingt, unbedingt. Wobei das Wetter spielt gerade fast gegen uns. Also bei mir scheint fast wieder die Sonne. Mal schauen. Nö, nö, hier oben im Norden nicht. Also da kann man gerne drinbleiben. In Würzburg regnet. Ja, also bei uns hat es fast geregnet. Woher kommst du, Albert? Ich bin derzeit in Kroatien und bei uns ist schön sonnig. Ich bin sehr neidisch. Sehr cool. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Wirklich. Fand ich eine sehr erfrischende Diskussion, noch mal mit einem ganz, ganz anderen Einblick. Und ich denke, das hat uns alle in gewisser Weise weitergebracht und noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge gegeben. Vielen Dank an euch. Wir sind mittlerweile, ich glaube, um fast 200 Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr das so schön annimmt. Und bei uns geht es jetzt tatsächlich gleich weiter natürlich im Programm. Bei euch bedanke ich mich noch mal ganz herzlich und wünsche euch erst mal soweit noch einen schönen Tag. Und vielleicht sieht man sich ja noch mal auf den Tux-Tagen. Vielen Dank.